Heute ist der erste Tag, Vorbereitung für die Aufnahme, morgen geht es los, Drum aufbauen, übermorgen dann ein Schlagzeug einspielen und jetzt heute ein bisschen Zorn bauen. Die meiste Arbeit wird jetzt wahrscheinlich werden das ganze Drum Tuning nochmal. Das vernachlässigt mir leider immer ein bisschen, wenn man unterwegs ist oder probt. Heute noch Fälle aufziehen, alles noch einstimmen und hoffen, dass wir auf dem Morgen und übermorgen die zwei Tage Drum Recording fett Setup haben. Ich bin schon topmotiviert morgen und schauen wir mal was da rauskommt.